Wir sind hier in der LVM auf der Brücke, welches die zwei Gebäude zusammenbringt. Wir haben ja einen sehr, sehr tollen Ausblick über Münster. Ich finde Münster persönlich einfach sehr schön. Vor zwei Jahren bin ich aus der zweiten Liga von Burken hierher gewechselt zum OSC. Ja, dann hat mich der Weg in die Nationalmannschaft geführt. Ziele für mich persönlich für 2020 sind auf jeden Fall, mit dem OSC Münster die Playoffs zu erreichen. Dann im Sommer weiter mit der Nationalmannschaft zu arbeiten, viel Spielerfahrung sammeln. Bis zum nächsten Mal.